Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal deiner Stunnergaming und heute schon wieder mal den Mobile Techie 2. Denn in der letzten Folge haben wir ein SG Mobile V5 gemacht. Und heute, Leute, ist mal ein bisschen was anderes dran. Und zwar kommt heute das Tablet, beziehungsweise ich muss mal kurz selber gucken, bin ich hier eigentlich schon. Tablets, wir haben ja alles glaube ich schon freigeschaltet, ja. Die Fabrik haben wir noch nicht. Okay, die haben wir auch noch nicht. Gut. Smartphones. Ich glaube, man kann nämlich verschiedene Smartphones irgendwie machen. Ja, genau, hier Flip. Habe ich jetzt gekauft, perfekt. Wollte ich eigentlich gar nicht. Und das hier irgendwie, aber das ist anscheinend noch nicht verfügbar. Kannst du nämlich nicht anklicken. So, dann nennen wir das hier mal SDM Flip. V1. So. Jetzt mal hier nur kurz gucken. Warte mal, ich mach mal, ich mach mal was anderes. Ich mach mal jetzt hier erstmal. Das habe ich noch nicht freigeschalten. Aha. Gut. So. Jetzt habe ich es freigeschalten. Hier habe ich alles. Okay. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal kurz hier den Betriebssystems-Dingszeug. Aber Leute, ich muss mal kurz den Cup machen. Und wir sehen uns nämlich gleich wieder. Dann habe ich nämlich genug Geld und genug Erfahrungspunkte. Okay, Leute. Wie ihr seht, habe ich ein bisschen Geld. Also, ja gut. Und heute tun wir Betriebssystem erstmal machen. Wir können jetzt auch einfach mal in die Reihenfolge reingehen. Wobei, es macht eigentlich wenig Sinn. Es ist eigentlich schlauer, erstmal einen Prozessor und ein Betriebssystem zu machen. Und dann die zwei anderen Sachen. Äh, because. Weil dann haben wir nämlich zwei Sachen, die wir dann in unseren Tablets und sowas reinbauen können. Und das machen wir jetzt einmal. Wir kaufen nämlich jetzt hier erstmal die Kerne. Warum heißt das Kerne? Dann die KI-Kerne. Dann Transitoren natürlich auch. So, maximale Frequenz. Das hat sogar am Anfang einfach 0 gekostet. Oh, das ist klar. Ich glaube, die geht bis 10.000, oder? Wenn ich mich nicht führe. So, machen wir mal hier komplett hoch. Ah, geht bis 9.000, okay. Grundfrequenz. Ich glaube, die kann auch bis 9.000 gehen. Oder die geht sogar bis 10.000. Kann auch sein, dass ich das meine. Aber ja. Ne, die geht nur bis 6.000, alles klar. So, maximal. 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 Ist das ja auch gleich maximal? Ja, jetzt. Ah, es geht dann noch weiter. Video Speichergröße. Geht die jetzt mal wenigstens bis 10.000? Ah ja. Die geht nur bis 10.000. Da werden wir aber noch mehr. Breite des Speicher-Buses. Pff. Digga, was? Okay. Video-Chip-Frequenz. Interessanter Name. Hallo? Wieder weiterladen. Ja. Perfekt. Universalprozessoren. Digga, was sind das alles für Namen? Aber machen wir natürlich. So, zack. Version. Grün. Äh, Rasterisierungskerne. Digga. Textur-Kerne, die gibt es natürlich auch, ne? Habst du keine Ahnung von irgendwas. Aber macht's auch nichts. So, maximal. Shader-Version. Railtracing-Kerne. Oh. Das ist gut. So, ballern wir auch mal komplett hoch. Zack. Einmal hochballern damit. Perfekt, so. Wollte jetzt eigentlich nicht draufklingen, aber okay. So. Jetzt müssen wir hier einmal die ganzen Dinger hier noch machen. So. Leistung. Okay. Perfekt. Internetdienste. Okay, ja. Okay, ja. 50, also, let's go. Okay, okay, okay. So, Sicherheit. Die muss natürlich auch da sein, ne? Ohne Sicherheit geht hier gar nichts. So, Ressourcen, Ressourcen, Intensität und Speichernutzung. Wobei, wofür gibt's denn alle Speichernutzung, Junge, was? Warum ist das ja eigentlich immer so teuer? KI-Funktion, okay. Telefon Level 5, Boote, Junge, Boote? Der war hat ein Betriebssystem, Boote. Kamera, App-Level, Bam, Galerie, Uhr, Einstellungen, Taschenrechner, Anmerkungen, Webbrowser, Appstore, muss natürlich ja alles hochgeballert werden. E-Mail, so, Karten, Filme, Übersetzer, Bücher und Gesundheit. So, jetzt aber, tack, zack, dann können wir jetzt mal einmal ein Betriebssystem machen. Und jetzt also, wir machen erstmal ein stgm-Prozessor, V1er, ballern wir erstmal alles hoch, tatsächlich. So. Zack, 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 zack. Bam. So, machen wir hier mal 6. Erstellen, so. Jetzt machen wir noch ein Betriebssystem, das nennen wir, äh, achso, jetzt kann man ja auswählen für Smartphones oder für Tablets. Ähm, wir machen erstmal für Smartphones stgm. Ähm, stgm-Betriebssystem. Smartphones. Bau, smart, phones. So. packen wir natürlich auch alles hoch anmerkungen die apps gibt es so gar nicht auch am anfang ok krass so das passt alles kurz gucken das sieht ja geil aus okay wir machen das natürlich auch bezahlt und machen das mal auf 50 oder ja oder wir machen es hier auf 140 wir machen es hier so in die 130 so rein also man sollte auch das hier an machen jetzt machen wir auch noch eins für tablets das nehmen wir dann v dieser betriebsnahme wird machen wir einfach mal noch hier ein t hinten so dunkles thema im prinzip sieht es hier halt auch genau gleich aus nur halt für tablets aber kann ja auch geil aussehen so mir auch einmal die ganzen apps sind da ändert sich gar nichts okay der übersetzer so ist alles schon volle pulle ach das hat er direkt übernommen das ist ja geil zahlen machen wir auch 130 dollar so perfekt ich würde sagen wir kaufen jetzt hier uns noch mal kurz die so gehen wir rein und stellen hier mal die ganzen leute ein sonst sind wir zu wenig so perfekt jetzt können wir mal kurz gucken und das hier können wir bauen haben wir jetzt auf maximal auch gemacht ich glaube jetzt alles auf maximal oder möchten sie nö ich will nichts investieren ich würde sagen das war's mit dem video oder warte mal ich mache einen kurzen cut und dann sehen wir uns gleich wieder wenn die drei Sachen hier fertig sind dann können wir die nämlich noch so leute die drei dinge sind fertig und ich kann die jetzt einmal hier alle hoch dinge sind wir machen immer 100 millionen das modernste prozessor let's go hat hier alles neu ich weiß einig prozent günstiger als die konkurrenz modernste betriebssystem die zwar 241 256 er hell mal warum nur 8,6 das hat ein 10 komisch betriebssystem smartphone sind wir nur auf 2 ach so weil wir mit dem auf 1 sind deswegen ok habe ich gerade schon gewundert so hey hier als prozessor sind wir 1 und hier sind wir auf die ersten beiden plätzen mit tablets ist sogar ah die sind beide gleich ok ich wollte gerade schon sagen so hey ok ja die haben wir mal was samsung galaxy s4 ultra jungen leute ok wenn euch das video gefallen hat lasst gerne like und abo und kommentar da schaut außerdem auch mal mit der ist unten in der video schon verlinkt damit ihr kein video mehr verpasst ab dem traum auf den tag hau rein oder euer stado ciao ciao auch wenn uns gerade sieben stunden trenn ich würde 1000 km auf mich nehmen durch die tiefsee würde ich tauchen und den höchsten berge klemmen würde marathon laufen nur um heute nacht in deinen arm zu pennen woaah woaah in deinem armen zu pennen woaah woaah durch die tiefsee würde ich tauchen und den höchsten berg erklimmen würde marathon laufen nur um heute nacht in deinen arm zu pennen Vielen Dank.